Hallo liebe Squirmunity, willkommen zu einem kleinen Newsvideo, ich tue das hier mal so frei jetzt sagen, gut, das war über ein Newsvideo immer, ist ja jetzt auch egal, und zwar, ich wollte euch über was kurzes berichten, und zwar erstens haben wir jetzt einen neuen Sticker für den Oktober, den ich persönlich richtig cool finde, den könnt ihr wie immer im Livestream gewinnen, wenn ihr bis zum Ende dranbleibt, und ich werde es jetzt auch so mal machen, weil manche Leute nicht bis zum Ende dranbleiben, dass ich auch manchmal mitten im Stream diese verlosen werde, denn so kann ich ja auch überprüfen, ob jemand dann gut zugeschaut hat, auf jeden Fall, das war die erste Sache, und die zweite Sache ist, ich habe das Spiel, das Täter-Mörder-Spiel Among Us letztens für mich entdeckt, und ich finde dieses Spiel einfach so unglaublich cool, und das würde ich auch gerne am Samstag im Stream spielen, aber wenn man das halt, ähm, nur mit mehreren Personen spielen kann, habe ich mir gedacht, dass ich das Ganze doch mit euch spielen kann, ja, Leute, Among Us, das gibt's für den PC, so wie für iOS und Android, für die mobilen Geräte ist es gratis, für den PC kostet es glaube ich auf Steam 5 Euro, dafür habt ihr dann aber auch keine Werbung, was ihr auf den Mobilgeräten habt, genau, also es könnt ihr euch wirklich gratis runterladen, ist es kinderleicht, dann müsst ihr einfach den Code dann eingeben, von unserer, äh, äh, von unserer Lobby, sag ich mal, und dann seid ihr einfach drin, genau, weil ich finde das richtig cool, dann kann nämlich jeder mitmachen, weil es ist wie gesagt gratis, und dann können wir das zusammen spielen, ich werde dann glaube ich auch noch einen Discord-Server öffnen, worüber wir uns dann austauschen können im Stream, und, ja, ich würde mich einfach freuen, wenn dann viele bei euch mitspielen, ich glaube in der Lobby passen ja maximal 10 Leute, und das könnte auf jeden Fall ein ganz gemütlicher Samstagabend-Steam werden, ja, Leute, das war's von mir, ich hoffe ihr seid dabei, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute, macht's gut, ciao! Ciao!